KUTAN Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Heute Morgen kam es am 27.09.2018 zu einem schweren Unfall auf der A65 Landau Richtung Ludwigshafen. Zwischen der Ausfahrt Hochdorf-Assenheim und dann Stadt Schauernheim kollidierte ein Kleintransporter mit einem LKW. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Dantstadt-Schauernheim wurde die Unfallstelle schnell abgesichert und eine verletzte Person aus dem Transporter befreit und ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt. Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste und Rettungshubschrauber. Die A65 ist mittlerweile wieder frei befahrbar.